So, das wurde bei Alone in the Dark, The New Nightmare, weiter geht's, wir stehen immer noch im Gewächshaus rum und wir haben am letzten Mal schon zwei Schnabeltassenviecher platt gemacht, aber ja, da ist noch eins, wie ich mir gedacht habe, holy shit, geh weg von mir, hey, psst, geh mal aus den Augen, was zur Hölle, du bist eine aggressive Schnabeltasse, muss ich mal ganz kurz nachladen, ich mach nicht den Fehler und mach's, wenn ich da rumstehe, das ist schon einiges an Energiekosten, vor allem bei Zombies, mein Bediener ist noch nicht so sehr, aber Und tschüss, auch wenn's keinen Knall gemacht hat, du bist tot, das ist alles, was zählt, okay, nochmal ganz kurz nachladen, dann können wir uns das Gewächshaus mal ein bisschen genauer anschauen, ich weiß auch nicht, was wir sollen, ähm, lasst uns doch einfach mal herausfinden, wir sind durch die Klappe gekommen, die wir komplett am Anfang vom Spiel gefunden haben, nachdem wir durch das Wasser gewartet sind, und jetzt sind wir hier und es ist irgendwie so, deren Art zu sagen, schau doch bei der Blumen an, oh my god, Das sind hübsche Blumen, sind zwar wahrscheinlich aus Plastik, so wie die aussehen, aber hey, sind wunderhübsche, tolle, klasse Blumen, sind bestimmt super, wenn man sie näher kennenlernt, aber ich hab echt keine Zeit für sowas, wo zur Hölle muss ich lang, ah, da lang, da geht's auch noch weiter, nicht beim letzten Mal, dass ich zwei Minuten an einem Stein hängen bleibe, womöglich, hä, da ist so eine Tür, wie komm ich da lang, zwei Zentimeter weiter rechts, wäre die Antwort gewesen, war sie dann ja auch letztendlich, Da muss doch irgendwas drin sein für mich, sehr gut, ja, Silve Koffer, ist doch schon mal ein guter Anfang, nur alte Verpackung für Gartengeräte, das ist uninteressant, das ist allerdings uninteressant, da stimme ich dazu, lass uns nicht weiter drüber sprechen, warst das schon, lass mal auf die Karte gucken, das kann's ja nicht gewesen sein, Warte mal, was, ah, okay, wie weird ist das denn, also da ist, da ist noch eine Leiter auf jeden Fall, wo wir auch mal hin sollten, sieht nur extrem strange aus, ich hab gerade auf den weißen Bereich geachtet, aber es ist, nee, falsch, der dunkle Bereich ist der, in dem wir uns bewegen können, wie es aussieht, und dann geht's wo genau weiter, ah, schau mal, hier, Das ist einfach mal scheiße, verdammt lange Leiter, na, wobei, ich dachte, es geht bis rauf in den Himmel, na, falsch, es geht ein paar Meter höher, um dann was zu machen, was bist du denn, lass mal kurz die Kisten befingern, nein, nichts dran, was ist das für ein geiler Schatten eigentlich, den er da wirft, holy fuck, was bist du genau, Außer grau und klobig What the fuck, man, muss ich Gambi, was, 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 was tun wir beide hier eigentlich genau, was machen wir jetzt gerade, ernsthaft, au, okay, okay, ich hab nämlich gerade gedacht, das erinnert mich sehr an Resident Evil 1, Die gute alte, ich schieb die Statue von der Brüstung und da ist ein Schlüssel drin, sehne, wer kennt sie nicht, Klassiker, Das ist hier wahrscheinlich genau das gleiche, hab ich recht, yep, und tschüss, ja, wenn man klaut, dann sollte man bei den besten klauen, das haben sie schon, also, das haben sie richtig gemacht, definitiv, Bin ich mal gespannt, ob da nochmal ein Schlüssel drin ist, oder was auch immer wir jetzt da drin finden, Ist das ein Schwert, Was ist das aus wie, nein, was zur Hölle ist das, Eine Kuhglocke, Siegel, Oh nein, eine weitere Skulptur, Bären, okay, Ein Siegel, inwiefern Siegel, Siegelring oder einfach nur ein Siegel, Weiteren Siegel, wir haben ja schon einen Siegelring, Blaue Linse, was zur Hölle, wo ist es denn, Bin ich blind, Ja, manchmal schon ein bisschen, Was auch immer, Das war ja keine Waffe, oder, Nicht wirklich, Hm, Ich frag mich immer noch, für was die Gaskartusche ist, ich weiß es nicht mehr, Wahrscheinlich dafür, Warum nehme ich die einfach nicht mal, Ja, komm, lass mal mit dem Ding rumlaufen, Einfach ein bisschen mächtig sein, Bisschen die Eier raushängen lassen, Mal gucken, wer anbeißt, Also hoffentlich nicht an den Balls, Aber ihr wisst, was ich meine, Wie ihn können wir hinters Licht führen, Und ein bisschen Plasma ins Gesicht drücken, Okay, lass uns mal wieder zurückgehen, Hier oben haben wir dann, Den Bereich komplett abgegrast, Bisschen was gefunden, Und jetzt schauen wir mal, Ähm, Wir haben irgendwas Siegelähnliches bekommen, Und, Damit gehe ich jetzt einfach mal zurück, Zu der Tür, An der wir den Siegelring benutzt haben, Das heißt, Wir müssen den unterdurchschen Gang, Komplett wieder zurückgehen, Erstmal, Die Tür hier war's, Na genau, Hier sind wir rausgekommen, Und da gehen wir jetzt auch wieder rein, Da ist mein Nemesis, Dieser verdammte Steinmann, Schau ihn dir an, Ihr selbst sicher da liegt, Keine Mine verzieht, Du fucker, Du stehst auf meiner Liste, Alter, Dann joggen wir mal zurück, So sportlich wie wir hier sind, Und gucken, Ob wir irgendwas an diesem Ding damit anfangen können, Oh, what the fucking shit, Hör auf damit, So was macht man nicht, Vor allem, Was war das, Das war nicht mehr ein Monster oder so, Das war von irgendeinem Lichtball, Dass sich ein Kugelblitz hier reinführt, Mich wundert nichts mehr in dem Spiel, Ich kämpfe auch gegen Kugelblitze, Bringt's ja her, Ich knock die aus, Eine nach dem anderen, Einen nach dem anderen, Was auch immer, Aber bitte nicht mit Kugelfischen verwechseln, Okay, Ähm, War ja was? Ne, Nicht wirklich, Holy shit, Viecher, Die mich essen wollen, Die waren da, Ja, Ich erinnere mich, Die waren überall, Es ist einfacher aufzuzählen, In welchen Bereichen, Keine Viecher rum, Oh, Jesus Christ, In welchen Bereichen, Keine Viecher rumgerannt sind, Falsch, Alter, Falsch, Ich bin trotzdem schneller als du, Auch wenn du dich extrem anstrengst, Und ich sehe es auch an deinen Augen, Sieht aus, Wie du kacken musst, Hör auf damit, Ernsthaft mal, Ab dafür, Lass mich doch links liegen, Da hab ich doch gar keinen Bock drauf, Mit dem verschwende ich keine Zeit, Warum ist er eigentlich immer noch so, Ah ja, Stimmt, Wir haben ja überlastet, Wir haben ja kein Licht angemacht, Sondern andersrum, Wir haben es kaputt gemacht, Vielmehr noch, Noch kaputter, Als es vorher schon war, Ey, Wenn diese Zombie-Fucker jetzt wieder, Plötzlich aufpoppen, Dann, Dann dropkick ich ein Baby, Jetzt mal, Kein Scheiß, Das ist, Das ist, Mein, Mein voller Ernst, Hör auf damit, Es ist genug Zombies, Wir hatten genug Zombies, Die plötzlich vor mir stehen, Es muss nicht, Noch mehr Zombies, Geben, Die plötzlich vor mir stehen, Ja, Nein, Keiner, Hat meine Ansage, Holy shit, Ich glaube, Meine Ansage hat sogar, Ein bisschen was gebracht, Okay, Sehr gut, Dann müssen wir, Glaub ich, Hier lang noch zurück, Und dann, Müssten wir doch eigentlich schon auch, An dieser komischen, Drehtürenkonstruktion sein, Hier, Bingo, Jetzt ist so die Frage, Kann ich, Hier, Ja, Doch, Kann ich, Von der Seite kann ich es auch aktivieren, Ähm, Hier, Hab dafür, Dass es für das gut gehen, Wow, Da fuck, Da geht es auch weiter, Aber ich, Na gut, Warum auch nicht, Frag mich halt nicht, Ob wir in diese dunkle, Gefährlich aussehende Höhle gehen sollen, Machen wir mal für dich selbst entscheidend, Naja, Zumindest weiß er, Was er will, Aline, Jetzt stehen wir am gleichen Punkt, Wir haben keine Zeit, Wir müssen uns beeilen, Sonst war das Opfer umsonst, Sie klingen schon wie ein Indianer, Ich hab das Gefühl, Als hätte ich eine Art Auftrag, Willkommen im Club, Da drüben ist ein Stein mit Inschriften, Ich möchte wissen, Was drauf steht, Kommen Sie, Ohne Scheiß, Maraline, Klingst wie ein Indianer, Warum ein Indianer klingt, Und? Können Sie es übersetzen? Hm, Ja, Ich denke schon, Es liegt das Tor nun vor euch, Das Tor, Welches die Finsternis Im Schoß der Erde Zurück hält, Ihr, Die ihr das Tor öffnen wollt, Müsst wissen, Müsst wissen, Dass die Nacht das Dunkel Zurück in diese Höhlen drängt, Die Sonne aber Zieht das Dunkel hervor, Wird das Tor also geöffnet, Wenn die Feuerscheibe Ihr erstes Licht abgibt, Umgreift die Finsternis die Welt Und schickt ihre Wesen Und diese überfallen die Erde Und zehren vom Blut der Kinder des Lichts Oh, Scheiße Das können Sie laut sagen Okay Ich bin nicht wirklich arg viel schlauer Aber achte auf die Feuerscheibe Das müssen wohl Die sieben Lichtgötter sein Ja, Und der Typ in der Mitte Muss dieser Hekatonchires sein Der oberste aller Götter Hey, glauben Sie an diese Legende? Hey, glauben Sie an diese Insel? Los, wir haben's eilig Na dann, keine Zeit verlieren Okay Es war interessant, Dass du das aus diesem alten Stein rausgelesen hast Alles komplett Hier ist noch so irgendwas anfang Zeug mitnehmen vielleicht oder so Ganz kurz gucken, wo kommst du eigentlich her Da geht's wahrscheinlich auch nicht weiter Aber trotzdem Man weiß ja nie Dass wir irgendwas Gutes vergessen Irgendwie hier, nein Nicht so wirklich Da oben ist zu, wie es auf der Karte aussah Ja, da können wir nicht weiter Woher kommst du eigentlich? Wie bist du bitte durch die Steinwand durchgekommen? Das Mysterium werden wir wahrscheinlich nie ganz aufklären können Okay, in die andere Richtung Das Gespräch war auch gerade wieder klasse Von den beiden Dann wollen wir mal schauen Jetzt sind wir schon mal zu zweit Was auch schön ist Und nicht alleine hier durch die Höhlen sprinten zu müssen Also Was machen wir hier genau? Was ist das? Kann ich's mitnehmen? Ich will's mitnehmen Kann ich's? Nein, ich kann's nicht mitnehmen Na schön Ich kann ja nirgendwo langlaufen Kann das sein? Doch, hier lang kann ich Oh, okay Da kann ich definitiv langlaufen Ob ich langlaufen will Ist die andere Frage Aber Ich glaube, man bleibt keine andere Wahl Und es hätte mich nicht überrascht Wenn die Brücke jetzt eingestürzt wäre Ganz ehrlich Darauf habe ich eigentlich Nur gewartet Dass er einbricht Und wir wieder getrennt werden Was ja auch jetzt nicht wirklich was Neues ist Da steht noch irgendwas Kannst du das lesen? Oh, es ist irgendwie nur Dreck Ich kann's nicht auseinanderhalten Das andere sah für mich ganz genau so aus Wir kommen in der Sache auf jeden Fall näher Es wird wärmer Was ist das denn? Möchten die Falltür? Ja, ich möchte die Falltür öffnen Oh Okay Beste Falltür aller Zeiten Auf jeden Fall die beste Falltür Oh Blitzgewehr Hübsche Waffe Ich kann mich dran erinnern Ja Die hat auch, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Art nachzuladen Ich muss mal gucken, ob das die Waffe ist Ich meine Vier Ersilfe Koffer Akku Ladegerät Bingo Das ist das, was zur Waffe gehört Fünf Speicher Amulette Okay Dann lass mal gucken Ob wir dieses Ding gleich in die Hand nehmen sollen Ich glaube nämlich fast ja Akku Ladegerät 100% Bingo Also sie hat Akkus, die Waffe im Prinzip Verschießt Blitze, wie der Name schon sagt Aber Die Akkus kann man auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise laden Das werden wir auch noch früh genug hier sehen gleich Denn Es ist auch gut, dass man hier Dieses Blitzdings da bekommt Ich flehe sie an Alan Sie ahnen ja gar nicht Welche Folgen ihr Handeln haben wird Eben schon Seit Jahren beobachten sie mich Und haben nur auf diesen Tag gewartet Um zu sehen, ob ihre Kräfte noch wirken Doch es ist zu spät Sie hätten früher anfangen müssen zu betteln Wir wissen beide Heute ist der Tag Oder vielmehr die Nacht Sie zittern Doch sie sind wie alle anderen Fasziniert Mir ist klar, dass nur mein Vater Den Wahnsinn, der allen Mordens innewohnt Erfolgreich bekämpft hat Und das hat ihn umgebracht Ich Habe ihn getötet Und jetzt soll ich aufgeben? Mein ganzes Leben habe ich darauf gewartet Menschen waren mir immer egal Die Arbeit hat sich gelohnt Ich habe ein neues Wesen geschaffen Ohne Gewissen Ohne Gefühle oder Schmerz Ein Wesen ohne Zweifel Und ohne Hoffnung Und schon bald werden meine Kinder Die Welt beherrschen Und mein feiger Bruder wird eins der Wesen sein Ich weiß, was diese Statue darstellt Deshalb nehme ich sie mit Sie dachten, sie zerstören meine Welt Und erfüllen ihr Schicksal? Erwarten sie nicht, dass ich ihnen das erlaube Aus dem Weg Oh, holy shit Wer geflogen ist Was euch betrefft, ihr Fremden Weiß ich nicht, was euch hierher geführt hat Doch auch ihr sollt bald die Finsternis Und das Vergessen erfahren Das Licht hat zu lange allein geherrscht Es wird Zeit Es wird Zeit, dass die Dunkelheit auf die Erde zurückkehrt Monatza Aternas Gurohelie Zahir Hekatonjeres Okay, das ist nicht so gut für uns gelaufen Wer zur Hölle wollte, dass die Finsternis zurück auf die Erde kommt Das macht alles absolut gar keinen Sinn Warum? Was hat er davon? Also wenn der Bereich hier nicht von Giga inspiriert ist Dann weiß ich auch nicht Das sieht ja einladend aus Das heißt, wir sind im Prinzip jetzt fast im Herzen der Finsternis Wenn man so will Wir sind zumindest mal so nah dran, wie noch nie zuvor Und deswegen werdet ihr auch gleich verstehen, warum ich sehr, sehr froh bin Dass wir das Blitzgewehr jetzt gerade hier bekommen haben Aline? Es tut wahnsinnig gut, Sie zu hören Ich hatte einen Traum, Aline Zum ersten Mal kann ich mich an einen meiner Träume erinnern Dann müssen Sie auf dem richtigen Weg sein Wo sind Sie? Ich bin auf einem Felsvorsprung bei der Schlucht Glück gehabt Wir müssen Alms Statue unbedingt vor Sonnenaufgang zurückholen Idenshaw sagte, dass die Brunnen Heilkräfte hätten Das klingt doch gut Das klingt allerdings gut Ich glaube, wir sollten Bad nehmen Aber bevor wir irgendwie weitergehen Lasst uns erst mal das jetzt schauen Ja, mein Energiestart, das ist eigentlich okay Äh, gut Dann lasst uns mal in die Finsternis gehen Nie war der Name von dem Game passender, wie jetzt Okay Komm mit mir, Bro Ich bin sowas von bereit Fuck you Kannst vergessen, Junge Kannst vergessen Nicht mit mir Wie awesome ist eigentlich das Blitzgewehr Mal schauen, wie viel brauchst du denn ungefähr Ah ja, okay Damit kommen wir eine Weile aus Man muss aufpassen Also die kommt nicht nur irgendwie von vorne Oder von der Seite Wie auch immer Sondern Spawn auch einfach mal random Wie sonst auch immer schon Oh yeah Mit dem Leuchtkristall haben sie ihr Batterieladegerät nachgeladen Ganz genau Äh, Leuchtkristalle Das sind unsere Munition Wie geil ist das denn Und das tolle ist sogar Ich könnte sogar hier warten, glaube ich Mal gucken, ob es funktioniert Ah ja, bingo Die wachsen nach Das ist halt das Coole Also hat man im Prinzip Unendlich Munition Wenn man so will Oh fuck, fuck, fuck Wenn man einigermaßen vorsichtig ist Sollte es auch ganz gut funktionieren Außer natürlich bei solchen Ecken ist es ein bisschen gefährlich Wenn man nicht wirklich drumrum sieht Und einen ganz blöden Kamerawinkel einfach nur hat Mit dem man spielen muss Aber das ist auch so ein bisschen der Charme von solchen Spielen, finde ich Dass man teilweise einfach nicht weiß, wo es Hinter der nächsten Ecke ist So wie hier Das ist einfach Das macht es einfach ein bisschen auch aus Okay, das war knapp, Alter Du hattest fast einen Felsbrocken geköpft Also geköpft im Sinne von Kopfball Nicht geköpft, das wäre komisch Felsbrocken haben keine Köpfe Okay, Leute Wir machen hier Ein Kleinkart rein Und ja Warten beim nächsten Mal weiter Durch die Finsternis Bis dahin Haut rein Goddammit Ein Scheißdreck was zu tun Und ja, das war für die Finsternis